Und jetzt kommentieren sie wieder all das, was ihnen wichtig ist. Also legt los, Jungs. Hier sind Brandt und Battermann. Dann übrigens, ich weiß nicht, ob du reingeschaut hast, gab es ein Kuriosum bei Wer wird Millionär? Da gab es ja... Die Krönung? Bitte was? Die Krönung? Nee, es ging um eine Dame, deren Mann ein Chirurg ist. Allerdings ein Chirurg für intime Operationen der Frauen. Und ich sag mal so, Günther Jauch, der nicht unbedingt, sagen wir mal, sehr... Wie soll man das nennen? Also er ist ja doch, was Sexualität geht, in der Öffentlichkeit eher schüchtern angesiedelt, oder? Also jetzt nicht einer, der raushaut, was Fragen angeht. Und da kam es zu einem Kuriosum. Und zwar geht es um die Kandidatin Annelie Kögelmeier. Sie ist 52. Und am Montag, also gestern, brachte sie ihren Ehemann mit ins Studio, bei dem sie bereits in der Sonntagssendung verraten hatte, dass ihr Mann Intimchirurgie für die Frau betreibt. Und da hat Jauch schon grinsend reagiert und hat direkt ganz flapsig geantwortet, Männer kann er nicht. Und prompt meldete sich die Werbe-Millionär-Redaktion und brachte den Moderator in Verlegenheit. Man muss kurz erwähnen, wenn der Jauch irgendwas nicht weiß oder wenn es noch irgendwelche Erklärungen zu antworten gibt, dann schreiben sie ihm auf seinem Display immer so komische Nachrichten, die er dann vorlesen kann sozusagen. Und so tut, als wäre das seinem eigenen Hirn entsprungen, oder? Genau, so geht das, ja. Genau, und jetzt haben sie ihn so ein bisschen in Verlegenheit gebracht und hat dann wirklich ganz offen gesagt in der Sendung, wissen Sie, was die Dödel aus der Redaktion mir gerade hier hingeschrieben haben? Und dann hat die Dame gesagt, ja, was denn genau? Kommt ihr mal her und dann stellt ihr mal selber die Fragen. Die Kandidatin nahm allerdings kein Blatt vor den Mund und hat dann erklärt, was ihr Mann denn so macht in Teamchirurgie. Und hat dann wirklich erzählt, und für alle, für die das ein bisschen früh am Morgen ist, wir reden jetzt nämlich über die inneren Schamlippen am frühen Morgen. Darf man das einfach mal so sagen auf YouTube? Ich weiß es nicht. Aber es war ja auch bei Wer wird Millionär sozusagen. Ich zitiere ja nur. Sie hat dann erzählt, also zu dem Job ihres Mannes, wenn ihnen, also den Frauen, die inneren Schamlippen so ein Stück raushängen und das reibt beim Radfahren oder jeder guckt in der Sauna drauf, dann ist das schon sehr unangenehm. Mit den Fingern zeigte Kögelmeier dann die Unterschiede. Es gibt Fälle, da hängt das nicht nur so raus, sondern so. Und zeigte dann irgendwie mit den Fingern. Und das müsste man übrigens auch diskutieren, ob das nicht eine Kassenleistung ist. Denn das ist keine Kassenleistung. Und das gilt in der Tat als Schönheitschirurgie. Und nachdem der Mann am Sonntag irgendwie nicht da war, war er in der Montagssendung, und ich glaube, das ist trotzdem wahrscheinlich am selben Tag aufgezeichnet worden, das macht man auch immer in Blogaufzeichnungen, in der Montagssendung, also die gestern ausgestrahlt wurde, saß ihr Mann dann aber im Publikum, der Schönheitschirurg. Und dann ging natürlich Günther ja auch persönlich hin und hat ihn nochmal sozusagen ins Visier genommen und hat dann gesagt, Ihre Frau hat das ja in der Sendung gestern schon so plastisch beschrieben, das geht mir aber schwer über die Lippen. Warum konnten Sie denn gestern nicht hier sein? Darauf, das war übrigens Dr. Stefan Günther, hat er erzählt, dass er bei der vorigen Sendung nicht dabei sein konnte, weil die Abendstunden seien bei den Patientinnen besonders beliebt, weil, damit es die Nachbarn nicht merken würden, wenn man dann zum Schönheitschirurgen geht. Worauf Jauch denn verwirrt fragte, aber was merkt denn der Nachbar immer im Intimbereich? Ja. Also es ist ein bisschen schlüpfrig. Der Beauty-Doc hat ja noch gesagt, dass man, also ja, es wäre dann so, wenn man das nicht behandeln ließe, dann liefe man wie ein Pinguin. Also mit den inneren Schamlippen. Dann liefe man wie ein Pinguin, das würde auffallen, sozusagen. Oder breitbeinig wie John Wayne, weil man gerade so ein bisschen lädiert ist. Darf ich kurz eine fachliche Frage stellen, die du vielleicht gar nicht beantworten kannst. Ich will sie trotzdem stellen. Wenn jemand das als Beruf hat und macht am Tag vielleicht, wie viel, moin, wie viel schafft er denn am Tag? Wie viel schafft er denn? Das ist die Feuerwehr, die kommt immer hier. Und man zählt über die Vorfälle am Wochenende im Fernsehen. Wenn man, also wenn man Chirurg ist und lebt davon, wie viele innere Schamlippen operiert man denn am Tag? Das weiß ich nicht. Ich sage jetzt mal, er macht vier am Tag. Das macht er 200 Tage lang. Also vier am Tag, du meinst zwei pro Frau oder vier Frauen? Nein, nein, vier Schamlippenpaare sozusagen. Paare, okay. Das würde bedeuten, dass er also vier am Tag, also vier Frauen als Patienten am Tag hat. Das Ganze macht er 200 Tage im Jahr, weil er auch ordentlich sich Urlaub leisten kann. Dann sind es ja 800 Behandlungen im Jahr. So. Und er hat noch genug Freizeit, wo er noch privat vielleicht das eine oder andere wegmachen kann. So. Wenn er diese 800 Behandlungen, dann müssen das ja extrem viele Frauen sein, die unter dem Pinguin-Syndrom leiden. Ist das richtig? Ja, also, und ich sage mal so, ich glaube, es gibt gar nicht so viele, die das machen in Deutschland. Also vielleicht hat er einen vollen Terminkalender. Ich weiß es nicht. Und verdient wahrscheinlich auch ganz gut. Trotzdem muss sie zu Werbett Millionär gehen. Er hat bis 64.000 Euro gewonnen. Und was noch ganz wichtig ist, er hat gesagt, um die Privatsphäre seiner Gäste zu wahren, befindet sich der Praxisparkplatz im Keller. Ja, finde ich gut. Also sozusagen man auch nicht mitbekommt, irgendwie. Weil vielleicht ist er tatsächlich auch, also grundsätzlich, vielleicht ist er auch zuständig für andere Sachen. Also du meinst, dass er sich nicht nur auf Schamlippen konzentriert hat? Ja, dass er vielleicht andere Sachen auch gibt. Also Oberschenkelzerrung, ich weiß es nicht, irgendwas, was er da in dem Bereich... Aber Intimchirurgie ist doch nicht Oberschenkelzerrung. Ja, aber wenn er eben Intim... Ich dachte, das wäre vielleicht nur ein Sammelbegriff dafür, dass er da unten rumfummelt. Jetzt mal in dem Bereich. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Aber da ist er nur bei Frauen... Also wir kommen als Klientel gar nicht in Frage. Also bei uns... Bei uns kann er nicht. Aber es gibt für uns auch Experten, dass... Nennt sich Urologen, oder? Ja, und der Urologen... Die Urologen treffen sich ja... Ich weiß nicht, das ist eine Sache, die ja ganz in Vergessenheit geraten ist. Sie haben sich bis 2016 ja im 100 Quadrat getroffen. Der Urologen-Kongress hat ja da stattgefunden. Inzwischen gibt es das 100 Quadrat in Rosenheim ja gar nicht mehr. Deswegen treffen sich jetzt in einem anderen Laden, der, glaube ich, wenn ich recht informiert bin, FIPS hieß, oder? War das richtig? Oh, das war... Ich habe das... Das hat eben irgendjemand kommentiert gehabt, genau. Ich weiß nicht, wie der Laden aktuell heißt. Aber es ist uns ja aufgefallen, dass die Geschichte, die er erzählt hat, dass es ja sozusagen sein Wohnzimmer ist, wo er früher einen ausgegangen ist, muss das ja vor 2016 gewesen sein. Genau. Ja.